Urdhva Eka Prasarita Padhasana ist der stehende Spagat. Raffaella zeigt, wie es geht. Ausgangsposition ist die Stehhaltung und von dort zu Padahastasana, also zur stehenden Vorwärtsbeuge. Dann hebe ein Bein hoch, so hoch wie du kannst. Du kannst aber auch beide Hände auf dem Boden halten, dann ist es etwas leichter. Etwas anstrengender für das Gleichgewicht wäre, mit beiden Händen ans Fußgelenk zu fassen oder doch möglichst einen. Urdhva heißt aufgerichtet, Eka heißt ein, Prasarita Padha, das heißt ein weit ausgerichtetes Bein. Du hast also die Beine weit auseinander und dabei einen Fuß oben. Diese Stellung entwickelt Gleichgewicht, Flexibilität, wie auch die Fähigkeit, die Welt anders herumzusehen. Nennen Sie es auch eine Umkehrstellung. Das eine, der eine Fuß geht zum Himmel und der Kopf zur Erde. Es ist gut, es immer wieder zu probieren und sich ruhig auch an Variationen zu wagen, die nicht ganz so einfach sind. Übung macht die Meisterin. Wenn es dir gefallen hat, klick schnell auf Daumen hoch oder gefällt mir. Dieses Video ist ein Eintrag im Yoga-Vidya-Asana-Lexikon. Etwa 4.500 Videos zu allen bekannten Asanas in ihrer Bezeichnung auf Deutsch und ihren vielen Bezeichnungen auf Sanskrit. Alle zu finden auf yoga-vidya.de